Wenn du nach Erleuchtung suchst, musst du deinen Guru finden. I close my eyes and I start this mantra down, out, all over, huge bliss. Folge deinem Meister, er wird dir neue Welten öffnen. David, good to meet you. Doch yogisches Fliegen zu lernen ist nicht einfach und nicht ganz billig. Wie haben Sie das geschafft? Mit einem Wunder. Ich habe eine sehr fleißige Frau. Bist du bereit, alles zu opfern? Dein Guru würde Rätsel aufgeben. Unbesiegbar aus Deutschland! Unbesiegbares Deutschland! Sie sind ein Scharlatan! Das möchte ich Ihnen sagen! David, du bist schon genauso obsessed mit uns. Nö, bin ich überhaupt nicht. Wie andere Leute, doch! Der richtige Guru bringt dir Glück und Erfüllung. Er soll dir den Weg weisen. Aber was, wenn er sich verlaufen hat? Was ist das Geheimnis? Was ist in deinem Geist? Mein Gott, du bist! Kannst du deinen Geist befreien? Oder wenn der Seins seitdem? Untertitelung des ZDF, 2020